Die Formulierungen von OKRs sind nicht immer einfach, weil sie abstraktes Denken erfordern. In Schulungen mit intelligenten und gut ausgebildeten Menschen haben wir gesehen, dass 70% der Teilnehmer am Anfang mit der Formulierung kämpfen. Isabella übernimmt jetzt mit Learning by Doing. Sie bringt dich einfach durch. Du wirst entdecken, dass es einfacher ist, wenn du gemeinsam mit deinen Kollegen OKR für deine Organisation einsetzt.